Die Formel 1 Saison läuft und was wäre besser an heißen Tagen an der Rennstrecke geeignet als dieses weiße Shirt von Mercedes-Benz Petronas? Das Team-Shirt hat hier auf der rechten Seite das Puma-Logo aufgedruckt vom Hersteller der Shirts und auf der linken Seite das AMG Petronas Team-Logo. Das Shirt ist produziert aus 70% Baumwolle und 30% recycelter Baumwolle und lieferfähig in Größen XS bis 2XL. Das weiße Shirt hat den Schnitt Regular Fit und ist damit gedacht als Unisex-Shirt für Herren und Damen und ist jetzt bestellbar im Rosier Online Shop.